Mein Name ist Christiane Hartung, ich bin Gemeindereferentin in der Pfarrei St. Zuriakus. Der 15. März, ein Datum, das ich so schnell nicht vergessen werde. Der Krisenstab der Pfarrei St. Zuriakus hatte getagt, alle Gottesdienste und Veranstaltungen wurden bis einschließlich 19. April abgesagt. Und mir ging es schlecht. All das, was wir für die Kar- und Ostertage geplant hatten, alle Termine und Begegnungen, die in meinem Kalender standen, sie würden nicht stattfinden. Mir ging es schlecht und dann feierten wir noch die Abendmesse in der Propsteikirche. Und da wurde das Evangelium des dritten Fastensonntages zu meinem Wort, das mich seitdem durch diese Zeit, die noch immer so unwirklich ist, begleitet. Jesus kommt nach Samarien, ist müde, lässt sich am Brunnen nieder. Dort begegnet er einer Frau und bittet sie um Wasser. Sie sagt natürlich, wie kannst du als Jude mich um Wasser bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Es beginnt ein Gespräch mit ganz vielen Themen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Entscheidend ist für mich aber, dass Jesus zu ihr sagt, ich bin lebendiges Wasser und wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Wenn ich mir vorstelle, was lebendiges Wasser ist, fallen mir Bilder ein. Sprudelnd, rein, glänzend. Ich denke an einen Bergbach. Aber auch Menschen können eine Quelle sein. Wenn Jesus von dem lebendigen Wasser spricht, wird der Durst gestillt. Der Durst nach Liebe, Vergebung, nach Anerkennung. Es ist vielleicht so, als ob ich meinen Kopf wieder nach einer langen Wanderung einfach in ein kühles Nass tauche. Viele Begegnungen mit Menschen, die für mich eine Quelle sind, fehlen in diesen Tagen. Viele Begegnungen finden nicht statt. Es bleibt aber die Zeit, die Zeit, Fragen zu stellen. Was sind Quellen meines Lebens? Was stillt meinen Lebensdurst? Wie steht Jesus meinen Lebensdurst und ist für mich eine Quelle? Wie und wo kann ich Quelle für andere sein? Spüre ich noch Lebensdurst? Ich habe jetzt Zeit. Ich darf mich Fragen meines Lebens stellen. Und ich freue mich. Ich freue mich auf eine Zeit mit Begegnungen von neuer Qualität. Sie werden nicht am Jakobsbrunnen stattfinden, aber vielleicht auf dem Wochenmarkt, in unseren Kirchen, an vielen Orten, wo wir uns nach der Krise hoffentlich wieder begegnen und füreinander Quelle des Lebens werden können. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand.